Sommersail, 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 Sommersail. Pöldum, 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 Pöldum. Herzlich willkommen hier zum Sommersail bei Pöld TV. Draußen scheint die Sonne und bei uns purzeln die Preise. Und das ist eine Kombination, die unseren Zuschauern, unseren Kunden momentan ganz besonders gut gefällt. Denn die Sonne ist nicht nur gut für uns selber, für die gute Laune oder für die Farbe im Gesicht. Die ist natürlich ganz besonders gut, wenn sie es vielleicht einfach satt sind, diese Rentenpreise für Strom zu bezahlen. Und deswegen haben wir die absolut beliebtesten Artikel momentan bei uns im Sortiment deutlich für Sie herunter reduziert. Achtung bitte, alles in kleinen, überschaubaren Stückzahlen. Aber genau jetzt ist der richtige Moment, um sich mal ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn eigentlich mobil oder auch zu Hause meine Stromkosten ganz einfach senken. Wir werden Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten zeigen. Fotovoltaikanlagen vom Allerfeinsten mit entsprechendem Speicher in unterschiedlichen Zusammenstellungen. Und mit einem sehr beliebten Modell werden wir jetzt anfangen. Wenn ich das so sagen darf, für mich persönlich das ideale Gerät für den mobilen Einsatz, Camping, Schrebergarten, dafür ist sowas ideal. Ja, stellen Sie sich mal vor, an einer Stelle, wo es überhaupt keinen Strom gibt, im Schrebergarten, beim Camping, am Baggersee, egal wo, Sie haben Strom dabei und zwar nicht nur eine Powerbank für Ihr Handy, sondern richtig satt Strom. Darum geht es hier vor einem Strom, der niemals versiegen wird, weil Sie hier ein Solarpanel bekommen, was immer die Energie einfängt und dann in diese Powerstation reinführt. Das Solarpanel liefert Ihnen konstant hier bis zu 110 Watt, solange die Sonne scheint. Aber unsere Powerstation ist schlau. Die hat einen Speicher drin, den Strom, den Sie nicht benutzen. Der wird hier einfach gespeichert und steht Ihnen dann ja 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und an diese Powerstation kannst du jetzt schon richtig viel anschließen. Wir können Geräte bis zu 1000 Watt anschließen, das ist eine ganze Menge. Ein Fernseher, da lacht der drüber. Ein Fernseher, unser hier im Studio, braucht 200 Watt. Stellen Sie sich erst mal vor, Sie sitzen im Schrebergarten, wo es keinen Strom gibt, haben sonst immer so ein Kofferradio dabei mit Batterien, wo man dann Fußballergebnisse hört. Jetzt können Sie es im Fernsehen gucken oder mal ein Beamer oder eine Party irgendwo am Strand. Das ist kein Problem mit so einem Gerät. Wir haben hier vorne, das ist hinter so spritzwassergeschützten Anschlüssen, haben wir hier alle möglichen USB-Anschlüsse. Wir haben 12-Volt-Anschluss und so weiter und so weiter. Und dann hier auf der Seite, Sie sehen übrigens, wie leicht das schon ist hier. Es wiegt auch nicht viel. Eine 230-Volt-Steckdose. Und wie gesagt, Sie können hier bis zu 1000 Watt rausnehmen. Reden wir mal ganz kurz. Ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, wir haben zwei verschiedene Bestellnummern hier. Hier sehen Sie gerade die NX-Bestellnummer. Das ist die Bestellnummer für 19%. Gleich kommt noch eine Nummer mit MW. Das ist eine Bestellnummer mit 0% Mehrwertsteuer. Das ist vom Jahressteuergesetz letztes Jahr so in Kraft getreten. Und Sie müssen überlegen, wo Sie es einsetzen wollen. Da geht es natürlich um den mobilen Einsatz oder den stationären Einsatz zu Hause. Wenn Sie das mobil einsetzen, genau darüber haben wir gerade gesprochen, im Campingbereich oder im Bootsbereich, im Schrebergart, natürlich großartig. Ferienhäuschen wäre auch denkbar. Im Innen- und sogar im Ausland oder natürlich bei der gewerblichen Nutzung. Wenn Sie diesen Einsatzbereich bevorzugen bei Ihrem Modell hier, dann bitte mit 19% Mehrwertsteuer bestellen. Dann kommt aber für Sie auch der private Einsatz zu Hause am eigenen Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten, wie zum Beispiel einem Gartenhäuschen, einer Garage oder einem Carport in Frage. Und bitte Ihre Gesamtanlage sollte 30 Kilowatt in der Spitze nicht überschreiten. Das gilt für die Gesamtzahl der entsprechenden Anlagen, Photovoltaiksysteme bei Ihnen auf dem Grundstück. Dann können Sie gerne mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Auch das ist natürlich ein Thema für viele Leute, für mich ja auch. Du weißt, ich habe mir ein ähnliches System also auch mal zu Hause hingestellt und es funktioniert wirklich. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber das hier meines Erachtens allein durch diese Bumper hier, durch diese 7 Kilo, das ist ja wirklich nichts mehr. Die kannst du wirklich unter den Arm packen hier. 7 Kilo, 6 Kilo. Ganz einfach mitzunehmen. Gerade im Campingbereich ist das ja ein Problem. Du darfst ja mit deinen Wohnmobilen nicht so viel Gewicht mitnehmen. Das hier ist die ideale Lösung. Unsere Redakteure haben das letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit in Sommerurlaub genommen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Urlaub, wenn du sowas dabei hast. Weil du dann auf nichts verzichten mehr musst. Du brauchst nicht mehr deinen Kaffee jetzt in irgendeinem Wasserpott mit Kaffeepulver direkt dann rausfiltern. Hast immer noch Kaffee zwischen den Zähnen. Hier sehen wir mal, das sind Originalaufnahmen von unseren Redakteuren. Ist das nicht herrlich? Wunderschön. Wunderschön. Das ist natürlich ein gewisser Komfort von zu Hause, den du jetzt eben auch unterwegs genießen kannst. Ich persönlich wüsste jetzt auch nicht im Campingbereich, wenn ich eine Woche auf dem Campingplatz bin, wo könnte ich jetzt mal meinen Rasierer oder meine elektrische Zahnbürste mal wieder mit Strom versorgen. Ja, du kannst dir ja Strom kaufen auf den Campingplätzen in der Regel. Das kostet aber auch natürlich Geld. Die werden sich das auch teuer bezahlen lassen. Die werden sich das teuer bezahlen lassen. Und man ist wirklich immer abhängig von den anderen. Bekannte von uns, die haben ein wunderschönes Wohnmobil. Die waren letztes Jahr am Gardasee. Das ist ja wunderschön da draußen. Auch in so einem richtig schicken Campingplatz. Der hat ein Vermögen gekostet. Da haben die auch noch Strom natürlich sich gekauft. Und hat am Freitagabend, weil mehrere Leute Kochplatten gleichzeitig reingesteckt haben, ich habe keine Ahnung, ist die Sicherung rausgeflohen. Super. Es ist seit 19 Uhr, batsch, kein Strom mehr. Und die mussten bis Montag warten, bis dann der Elektriker kam und den Schalter wieder angeschaltet hat. Ja, da ist sowas natürlich dann auch sehr, sehr wichtig. Da habe ich dann über meinen eigenen Strom dabei. Da bin ich auf Nummer sicher. Und vor allen Dingen, selbst wenn der mal irgendwann leer gegangen sein sollte, und der hat auch noch ordentliche Kapazität, das Gerät, was wir Ihnen hier gerade zeigen, dann muss ich eigentlich nur noch auf den nächsten Tagesanbruch warten, weil dann übernimmt quasi das Solarpanel die Aufgabe der Energierückgewinnung. Also es ist wirklich an alles gedacht worden. Wie gesagt, beides kompakt und leicht mitzunehmen. Ich behaupte mal, selbst im Campingbereich, in so einem Wohnmobil, wo man erfahrungsgemäß wenig Platz hat, findet sowas definitiv noch ein schönes Plätzchen. Und den hier stellst du dir unter den Tisch, das Panel in die Sonne. Und dann hast du mal eine zuverlässige Stromversorgung für all deine Geräte. Ja, es ist wirklich ganz einfach. Sie stecken einfach nur das Solarpanel hier vorne rein und dann haben Sie im Prinzip ja eine nie enden wollende Stromquelle. Das ist wie so ein Verlängerungskabel, was aus dem Hemmel fällt, was immer voll ist. Weil auch wenn der mal leer sein sollte, er wird ja am nächsten Tag wieder geladen. Sie können hier wirklich tagelang, wochenlang, monatelang autark unterwegs sein. Und hier, ich wüsste jetzt nicht, was man hier nicht anschließen kann von den Steckern. Es ist wirklich an alles gedacht. Ein unglaublicher Komfort natürlich, aber auch ein unglaublicher Preis heute. Das ist der Hammer, der Preis. Wir sind im Sommersale und Sie können sich vorstellen, Sie sind jetzt nicht gerade der erste Kunde, der das für sich entdeckt. Es gibt ja so diese Gelegenheit, auf die man eigentlich wartet. Wenn man etwas unbedingt haben möchte, aber irgendwie sagt, ich warte noch auf den richtigen Preis, dann kann ich Sie beruhigen. Dieser Moment ist genau jetzt gekommen. Wir haben natürlich zwei verschiedene Bestellnummern. Wir vergleichen es aber trotzdem gerne mal in der 0% Mehrwertsteuervariante. Wir erinnern uns für den Einsatz zu Hause mit den Kollegen von Pearl.de. Die haben das gerade aktuell für knapp 813 Euro für Sie im Programm. Bei uns hier reden wir von knapp 700 Euro. Und das bedeutet eine Preisreduzierung von um die 100 Euro an dieser Stelle. Also wirklich fantastisch vom entsprechenden Gefüge her. Und das ist genau die Gelegenheit, auf die Sie gewartet haben. Wir haben die Kabelage natürlich ebenfalls mit dabei mit ein bisschen Spiel, dass ich das Panel gut in die Sonne legen kann und dann hier den Stromspeicher einfach mal bei mir habe. Ganz genau. Bei der 19% Mehrwertsteuer sparen Sie übrigens über 100 Euro. Die haben bei Pearl.de schon einen Riesenpreis hier mit unter 1.000 Euro. 946, bei uns 832. Also es ist wirklich Preise, wie wir sie noch nie gehabt haben. Ein ausgesprochener Evergreen bei uns. Dieses rote Powerpack, diese Powerstation, die Sie sich jetzt hier eben zum Sommersale-Preis auch noch holen können. Wir haben das alles ab Lager lieferbar. Das heißt in wenigen, wenn Sie nächste Woche in Urlaub fahren, kommt das noch rechtzeitig. Das ist das Beeindruckende hier. Ein Top-Produkt von Pearl hier, was Sie jetzt zum Sommersale-Preis abgreifen können. Anders kann ich es wirklich nicht nennen. Unglaublich toller Preis hier für Sie, für unsere komplette Solaranlage. Es ist ja ein Solarkraftwerk schon. Du erzeugst deinen eigenen Strom und kannst ihn gleich benutzen. Was meinst du, was du damit Gesprächsthema wirst? Ja. Wenn du einen Solarpanel irgendwo hinstellst, gucken die Leute ja sowieso. Ist ja ein Riesenthema im Moment, dass man ganz einfach sieht, aha, da denkt jemand mit, der scheint seinen eigenen Strom zu produzieren, dass man dann logischerweise auch mal mit den Nachbarn ins Gespräch kommt, die dann vielleicht mal fragen, aha, du hast ein Solarpanel, wo geht denn das hin, wie viel kann der und so weiter, was kann ich denn alles anschließen? Wo hast du das her? Wo hast du das her? Was kostet sowas? Was kostet das? Die obligatorischen Fragen, die dann immer auftauchen, ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, dass Sie sich nicht nur selber versorgen können, sondern natürlich auch an anderer Stelle mit Sicherheit mal mit Gleichgesinnten ins Gespräch. Komm, nutzen Sie das aus bitte, ist ein fantastisches Angebot, wir haben begrenzte Stückzahl und gerade dieses Modell zählt also auch zu unseren absoluten Top-Sellern, auch schon zum regulären Preis, sehr stark nachgefragt. Wir haben nochmal ordentlich an der Preisschraube nach unten hingedreht und möchten Ihnen das gerne zum Sommer-Sale-Preis anbieten. Und natürlich müssen Sie sich nicht auf eine Steckdose beschränken, wenn Sie Ihre Smartphones beispielsweise an den USB-Anschlüssen laden möchten, Ihre Laptop laden wollen beispielsweise bei USB-C und gleichzeitig noch die Steckdose verwenden möchten, ist das auch möglich. Du kannst alle Anschlüsse gleichzeitig laden, es wird gleichzeitig geladen und Strom entnommen, ist auch was, was man von anderen Haushaltsgeräten nicht so kennt. Ich erinnere mich da an unsere Rasierer, wir haben das gleiche Modell, da kannst du entweder rasieren oder laden. Das ist immer sehr lästig, finde ich. Hier kannst du gleichzeitig natürlich den Strom auch entnehmen. Besonders wenn es dann eng wird in den frühen Morgenstunden. Das hier mal im Einsatzbereich zu Hause, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber ich behaupte mal, dass das hier, ich bleibe dabei, definitiv eine ideale Lösung ist mal für unterwegs. Und die gibt es jetzt eben zum TV-Sonderpreis. Entweder mit 19% Mehrwertsteuer für Mobil, die NX 6277 und die 569 bitte. Das wäre dann diese Bestellnummer. Und mit 0% Mehrwertsteuer für diesen Einsatz hier beispielsweise zu Hause haben wir die Bestellnummer MW 1052 und die 569. Auf das Modell, was wir Ihnen jetzt anbieten, haben Sie zugegebenermaßen dann doch ein paar Wochen länger warten müssen. Wir haben es gezeigt im letzten Jahr und innerhalb relativ kurzer Zeit, wo wir große Bestände hatten, auch sehr schnell ausverkauft. Weil dieses Gerät nicht nur mehr Leistung und mehr Kapazität hat, sondern auch so das ein oder andere Highlight parallel zu dem, was wir gerade schon kennengelernt haben. Und ich glaube, in der Summe ist das vielleicht genau das, auf was Sie gewartet haben. Auch das Solarpanel ist etwas üppiger ausgestattet. Eins haben aber alle Geräte in dieser Sendung gemein. Unterm Strich gesehen bezahlen Sie wirklich einen Spottpreis dafür. Wir haben auch hier ordentlich an der Preisschraube gedreht. Es ist der Sommersale. Sie kriegen es günstig wie nie. Und das ist wirklich mal ein unglaublich beliebtes Gerät. Auch ein kleines Dankeschön für Ihre Geduld, muss man sagen. Ja, es war drei, vier Monate weg. Jetzt haben wir es wieder seit einem Monat ungefähr. Und es ist schon bei uns im Sommersale. Es ist das gleiche Prinzip. Sie kriegen ein Solarpanel und diese Powerstation. Die Powerstation ist deutlich größer hier. Jetzt können Sie sogar Strom rausnehmen bis zu 1200 Watt. Wir haben zwei Steckdosen dran. Und tatsächlich hier eben auch noch mal anderthalb Mal so viel Kapazität. Das heißt, so lange steht mir der Strom dann zur Verfügung im Gegensatz zum roten. Das ist die Powerstation. Sie sehen, vorne haben wir die USB-Anschlüsse. Was ganz cool ist, finde ich. Wir haben oben drauf, wenn man das mal so ein bisschen nach vorne kippt, kann man sehen, dass da so ein Blitz drauf ist. Und das bedeutet, Sie haben hier auch noch eine G-Ladestation dran. Sie wissen, moderne Handys haben tatsächlich diese kabellose Ladefunktion. Hier legen Sie einfach Ihr Handy drauf und das wird automatisch wieder geladen. Auf der Rückseite haben wir noch zwei Steckdosen diesmal. Sie sehen, das andere hatte eine Steckdose. Hier haben wir zwei Steckdosen. Das wiegt wieder auch nicht viel. Das wiegt so knapp 13 Kilo. Ganz, ganz einfach. Und jetzt haben wir hier diese zwei Steckdosen. Dazu kommt das Solarpanel. Und das Solarpanel, das haben wir schon eine ganze Weile im Programm. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch einfach genial. Sie sehen, das hier ausgeklappt. Da hat es 240 Watt, die jetzt immer wieder hier Strom in Ihre Powerstation reinstecken. Aber das ist zusammenklappbar. Und dann lässt sich das so wie so ein Tapeziertisch einfach tragen. Sie sind dann ein wandelndes Solarkraftwerk mit dieser Kombination. Auch hier haben wir wieder natürlich die Camping- oder Outdoor-Version mit 19% Mehrwertsteuer und die 0% Mehrwertsteuer-Variante. Reden wir mal über den Einsatz zu Hause. Sie haben hier natürlich eine Stromquelle, die Ihnen Strom umsonst gibt und das richtig satt. Das heißt, Sie bekommen hier 24 Stunden am Tag Strom, der 0 Cent pro Kilowattstunde kostet. Und da liegt natürlich schon mal enormes Sparpotenzial. Wenn man jetzt einfach die Geräte, die man nicht mehr in die Wand stecken muss und den teuren Strom vom Energieversorger nehmen muss, sondern hier rein. Überlegen Sie mal. Und wenn es nur das Entertainment Center ist, Sie kriegen jede Menge Geld, was Sie in der Portemonnaie behalten können. Du hast das bei dir zu Hause erlebt. Ja, ich habe mich gerade wiedererkannt. Ich habe einen anderen Stromspeicher zugegebenermaßen. Der ist aber schon seit einigen Monaten ausverkauft. Ich weiß auch warum. Ist ja einfach ein tolles Gerät. Aber auch der hier ist definitiv super. Aber das Solarpanel habe ich bei mir ganz einfach, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, fest bei mir am Balkongeländer installiert. Und füttere damit quasi über den Tagvorteil. Gerade jetzt übrigens, wo wir darüber sprechen, mache ich das auch. Ja, da wird wahrscheinlich mein Solarpanel gerade ordentlich Strom produzieren. Und damit füttere ich quasi meinen Stromspeicher. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann nehme ich diesen Stromspeicher rein. Und jedes Mal, wenn ich vor der Steckdose stehe und mir überlege, möchte ich jetzt ein elektrisches Gerät betreiben im übertragenen Sinne. Ob das in der Küche ist, ob das jetzt von mir aus mal ein Toaster ist oder mal ein Mixer oder mal eine Kaffeemaschine oder sowas. Überlege ich mir, brauche ich jetzt wirklich den Strom, der da aus der Steckdose kommt? Bin ich so bequem? Oder ist mir dann doch mein Geldbeutel auf lange Sicht hingesehen lieber? Und deswegen habe ich mir persönlich angewöhnt, doch relativ konsequent meine elektrischen Geräte sofern möglich mit meinem Stromspeicher zu verbinden. Denn den Strom habe ich tagsüber ganz einfach selber produziert. Hatte in der Summe zwei Konsequenzen für mich. Zum einen eine Rückzahlung zum Ende Januar hin von 280 Euro. Ich habe also weniger Strom vom Netzbetreiber verbraucht, als das in der Berechnung vorgesehen war. Und gleichzeitig, weil ich natürlich deutlich weniger Strom verbraucht habe und Rückzahlung erhalten habe, sind auch meine Abschlagszahlungen um fast 35 Euro pro Monat reduziert worden. Irre, ne? Schon klasse. Also ich habe die Gesamtkosten für die Anlage noch nicht ganz raus. Ich habe auch letztes Jahr im August erst damit angefangen. Ich möchte wetten, in diesem Jahr wird das noch mal etwas mehr werden, was ich damit sparen kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Stadtwerke in dem Ort, in dem ich wohne, mich als Kunden nicht mögen. Du nimmst zu wenig Strom ab. Dann denken Sie mal drüber nach. Ja, wenn es Ihnen so geht wie Diana und mir, wir haben auch unsere Stromabrechnung gekriegt. Was hast du nachzahlen müssen? 540 Euro. Ich musste nur 400 Euro nachzahlen. Aber wir haben Single-Haushalte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man dann einen 3-4-Personen-Haushalt hat. Das hat sich mit Sicherheit auch getroffen. Und da kann man hier eben dieser Stromrechnung ein Schnäppchen schlagen, indem man seinen Strom ganz einfach selber produziert. Und das macht einen Unterschied in der Stromrechnung. Sie haben es gesehen, bei Carsten über 200 Euro von August bis Dezember nur mit einem ähnlichen Paket hier. Aber gut vier Monate. Nur um eben tatsächlich hier, weil man jetzt nicht den teuren Strom aus der Steckdose nimmt, sondern hier aus dieser Powerstation. Wir haben dieses Gerät im Sommer Sale. Und das kann man immer nur wieder unterstreichen, wie einmalig diese Preise sind. Sie sparen in beiden Varianten über 200 Euro im Vergleich zum Pearl.de-Preis. Das sind Artikel, die laufen bei Pearl.de auch sehr gut. Wir haben hier einen TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. Hier mal den direkten Vergleich zu den Kollegen von Pearl.de. Die haben das in der 0% Mehrwertsteuervariante für etwas mehr als 1.400 Euro aktuell für Sie im Programm. Und wie gesagt, in der Ausstattung, in der Qualitätsanforderung hier schon ein Spitzenpreis. Bei uns sehen Sie den Preis gerade eingeblendet. Das sind 1.190 Euro knapp. Und das bedeutet, alleine in der 0% Mehrwertsteuervariante haben wir hier eine Ersparnis von deutlich über 200 Euro. Unabhängig allein schon vom Kauf. Unabhängig von dem, was Sie in der Zukunft vielleicht mit einem dann noch etwas disziplinierten Einsatz bei sich zu Hause noch zusätzlich sparen können. Bei mir hat es funktioniert. Und wenn Sie ähnlich diszipliniert sind und vielleicht einfach mal hier und da mal eine Steckdose eben an Ihrem entsprechenden Stromspeicher verwenden, wird das auch bei Ihnen hervorragend funktionieren. Man hört ja in den Medien, dass die Strompreise auch furchtbar sind. Ich habe es gestern gelesen. Es wird eine neue Umlage diskutiert und so weiter. Gut, wir machen keinen Journalismus, deswegen können wir es nicht bestätigen. Aber die Meldung ging natürlich rum. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das mit Schrecken gesehen hat. Auf der anderen Seite reden wir schon seit Monaten davon, dass diese knapp 38, 42, um die 40 Cent pro Kilowattstunde wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange sein werden. Naja, und ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommt. Und wenn die Strompreise noch weiter steigen, dann weiß ich gar nicht mehr, wo soll man es eigentlich nur hernehmen. Es ist ja so, man hat ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt große Stromverbraucher in die Wand steckt. Also es gibt ja elektrische Geräte, die benutze ich schon gar nicht mehr, weil das einfach zu viel Geld kostet. Da habe ich so ein Gerät, ich sage mal, so ein Heizlüfter. So ein 1200 Watt Heizlüfter ist so ein Starter-Set von so einem Heizlüfter. Der ist noch nicht mal ganz doll stark, aber auch der kostet mich 60 Cent die Stunde mit den aktuellen Strompreisen. Klimaanlage jetzt im Sommer ist auch ein Riesenthema. Klimaanlage, natürlich, ne. Was hätte ich für eine Klimaanlage gegeben? Aber eine Klimaanlage kostet mich mit 2000 Watt, Pi mal Daumen, 80 Cent pro Stunde. Das mal, wenn ich nicht mal 5 oder mal 6 über den Tag verteilt. Da bist du jeden Tag, bist du mit 5, 6 Euro nur für die Klimaanlage dabei. Rechnen Sie das mal auf 30 Tage hoch. Ja, welcher vernünftige Mensch denkt denn überhaupt über Klimaanlagen nach heutzutage? Ja, ja. Du sitzt lieber da und schwitzt, als das Geld dafür auszugeben. Ja. Das kann es auch nicht sein. Also, nutzen Sie das als Energiequelle. Der Strom, der hier rauskommt, ist 100% Solarstrom und kostet Sie keinen Cent pro Stunde. Ganz egal, wie viele Stunden Sie jetzt da Ihren Heizlüfter ranhängen oder sonst irgendwas. Es kostet Sie 0 Cent und damit haben Sie einmal eine große, große Bereicherung für Ihr Leben, weil jetzt können Sie diese Geräte wieder benutzen. Und zum anderen sparen Sie jede Menge Geld, wenn Sie das clever machen. Einfach mal das Entertainment Center da ranhängen, anstatt an die Steckdose in der Wand. Heute Nacht habe ich meinen Standventilator mit meinem eigenen Strom versorgt. Ja. Ja, ich habe kühle Luft bekommen und habe noch nicht mal was dafür bezahlen müssen. Also, Sie merken, es funktioniert. Ein bisschen Disziplin vorausgesetzt ist, dass Ihre Sparbüchse, so nenne ich es liebevoll, bei mir zu Hause, für den Einsatz zu Hause, aber eben auch für den mobilen Einsatz ist es absolut denkbar, weil beides sehr gut mobil einsetzbar ist. Der Stromspeicher ist tragbar und natürlich auch das Panel lässt sich zusammenfalten. Also, auch da wird es wahrscheinlich im Campingmobil nicht allzu viel Platz wegnehmen. Auch das wäre ein Einsatzgebiet. Mobil bitte mit 19% Mehrwertsteuer bestellen für den Einsatz zu Hause. Denken Sie bitte an die 0% Mehrwertsteuervariante. Das wird sich für Sie und für Ihren Geldbeutel definitiv lohnen. Kommen wir auf unseren Klassenprimus zu sprechen. Und bei keinem anderen Gerät, bei keiner anderen Kombination aus Solarpanel und Stromspeicher haben wir eine größere Ersparnis. Irre, oder? Das sind ein paar hundert Euro. Wir haben heute Morgen im Büro darüber gesprochen. Das ist unglaublich. Also, ich habe hier wirklich eine Ersparnis drin, wo man eigentlich nicht mehr wirklich Nein sagen kann. Und das ist das momentan stärkste Gerät von der Leistung und von der Kapazität her. Ja. Von denen, muss ich gleich dazu sagen, haben wir auch am allerwenigsten noch zu diesem Sommer-Sale-Preis. Wenn Sie den haben wollen, sollten Sie jetzt zuschlagen. Es ist unser Krösus, unser Königsgerät hier, unsere Königskombination. Der leistungsstärkste Stromspeicher, Strom-Powerstation hier, zusammen mit dem größten Solarpanel bei uns im Programm. Dieses Gerät liefert Ihnen Strom bis zu 2400 Watt und da sind wirklich jetzt zu Hause keine Grenzen mehr gesetzt. Das ist ja wirklich fast wie Hausstrom. Das ist wirklich fast wie Hausstrom, ganz genau. Da kannst du deine Waschmaschine anschließen, die 2000 Watt braucht. Deinen Wasserkocher, deinen Haartrockner, all diese Sachen, diese riesengroßen Energieverbraucher. Selbst bei einem Bügeleisen könnte ich da anschließen. Kannst du, kannst du jetzt. Auch bei 2300 Watt. Wenn ich eine Stunde bügel, kostet mich das mindestens einen Euro. Stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie sich das einfach mal vor. Wir machen alle, klar, wir bügeln unsere Sachen hier. Ich wasche am Samstag, Sonntag ist Bügelzeit. Ich bin da immer anderthalb Stunden oben bei uns unter dem Dach. Das kostet mich richtig viel Geld an Strom. Und das kann ich jetzt selber erzeugen. Und da ist das enorme Sparpotenzial. Da ist auch die Refinanzierung hier also innerhalb kürzester Zeit wieder gegeben. Das ist natürlich ein Akkugerät. Aber es ist die modernste Akkutechnologie mit 3500 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Das können Sie 10, 15, 20 Jahre benutzen. Das hält immer noch genauso lange wie am ersten Tag. Und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes hier durch diese Akkutechnologie, die wir hier drin haben. Lithium-Eisenphosphat-Akkus haben die. Und da sehen wir mal die ganzen Vorteile für mich ganz, ganz klar. Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit sind der große, große, große Punkt hier. Weil diese Akkutechnologie kenne ich sonst nicht. Die kenne ich nicht von meinem Handy, die kenne ich nicht von meinem Laptop. Wenn ich die neu kriege, halten die in ein paar Stunden oder Tage. Wenn ich nach einem Jahr noch die Hälfte und nach zwei, drei Jahren muss ich alle halbe Stunde wieder neu laden. Hiermit nicht. Auch hier natürlich wieder. Hier haben wir auch wieder Spritzwasser geschützt. Die ganzen Anschlüsse USB, 12 Volt. Und auf der Seite hier wieder die zwei 230 Volt Steckdosen. Das Ganze ist natürlich immer noch mobil. Auch für den mobilen Einsatz. Bestens geeignet. Ich finde das so nett, wie wir das hier dekoriert haben zum Sommer-Sail. Ja, ja. Jetzt mal raus. Du sitzt natürlich auch jetzt gerne mal bei den Temperaturen mal draußen auf Balkon oder Terrasse. Und jetzt haben wir natürlich ein sehr schönes Sportereignis. Direkt nahtlos dann an die Fußballspielerei geht es mit Olympia in Paris weiter. Irgendwann fängt auch die Fußball-Bundesliga wieder an. Und das dann im Spätsommer mal drinnen im stickigen Wohnzimmer, wo du keine Lust hast oder es dir einfach nicht leisten willst, eine Klimaanlage anzumachen. Da sitze ich doch lieber draußen mit einem Schirmchen-Cocktail unterm Sonnenschirm und genieße das vielleicht ganz einfach mal an dieser Stelle. Nur, wie wollen Sie es machen? Wollen Sie da ein Kabel rauslegen und so weiter? Das kostet Sie alles nur unnötig viel Geld. Das ist keine Steckdose da. Das ist keine Steckdose in der nächsten Nähe oder was. Und schon geht das Kabelgeschisse wieder los, müssen wieder fünf Meter Verlängerungskabel holen und so weiter. Drei Stecker zusammen. Ich kenne das Theater doch. Dann nehmen Sie da lieber ganz einfach mal so einen Stromspeicher mit raus und stellen Sie unter den Tisch oder irgendwo neben sich. Und dann haben Sie genau den Strom, den Sie brauchen, zuverlässig zur Verfügung. Und selbst wenn er mal leer gelaufen sein sollte, unser momentan größtes Solarpanel bietet natürlich eine tolle Möglichkeit, hier am nächsten Tag wieder aufzuladen. 550 Watt kommen da raus. Das ist wirklich sehr viel Strom. Das heißt, es ist in kürzester Zeit wieder aufgeladen und dann steht Ihnen dieser Strom eben zur Verfügung. Das mit dem Balkon oder Veranda-Garten fand ich schön. Es gibt aber vielleicht auch Stellen bei Ihnen zu Hause, wo Sie gar keinen Strom haben, wo Sie gar keine Steckdose haben. Jetzt haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht. Mensch, da hole ich einen Elektriker, der legt mir da in 1,50 Meter Tiefe ein Kabel durch den Garten. Wird alles aufgebuddelt, Hausdurchbruch. Ich muss das an meinen Hauptstromversorger anschließen. Um Gottes Willen, das kostet ganz viel Geld. Hier haben Sie eine Steckdose an einer Stelle, wo Sie keine Steckdose hatten. Und zwar eine richtige Steckdose mit diesen 2400 Watt. Im Falle eines Stromausfalls, auch ein ganz wichtiger Punkt, haben Sie hier natürlich auch immer Strom. Der wird ja immer wieder nachgeladen von diesem riesengroßen Solarpanel. Also egal, ob der Stromausfall 10 Minuten, einen Tag oder eine Woche dauert, Ihnen kann das egal sein. Sie haben ja Ihren Strom und brauchen wirklich auf nichts zu verzichten. Sie können Staubsaugen, wenn überall Stromausfall ist. Sie können Fernsehen gucken, Sie können warmes Essen machen, wenn überall dunkel ist. Und die Leute Dosenfutter essen, können Sie sich selber was kochen. Weißt du eigentlich, was das kostet? Wir haben einen Kostenvoranschlag bekommen für das blöde Telefonkabel, was ja defekt war bei meiner Freundin. Da muss ein Telefonkabel gelegt werden, und zwar von oben, von der Dose, runter in den Keller, an den Verteiler dran. Kostet insgesamt 180 Euro. Ja. Kostenvoranschlag. Ein Kabel. Ja. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, was das bei Ihnen kosten würde, wenn Sie zum Beispiel im Gartenhäuschen oder irgendwo anders an anderer Stelle mal eine richtige Stromzufuhr hinlegen mit eingebauten Steckdosen und so weiter. Also da kommen Sie mit 180 Euro nicht ganz hin. Da müssen Sie wahrscheinlich tief in die Tasche greifen. Da können Sie wahrscheinlich zwei von diesen Anlagen dann zu Hause hinstellen und werden wahrscheinlich immer noch ordentlich gespart haben. Also das ist jede Menge Geld. Und vor allen Dingen, find mal jemanden, der das macht aktuell. Wir warten seit drei Wochen drauf. Jetzt gucken wir mal auf unseren Sommersale-Preis. Uns ist heute Morgen die Kinnlade runtergefallen, als wir diese Preise gesehen haben. Jetzt guck dir mal diesen Vergleich an. Wir sind in der 0% Mehrwertsteuervariante für den Einsatz zu Hause. Und da haben die Kollegen von Pöll.de für diese Setzusammenstellung aus dem größten Solarpanel und dem momentan stärksten Powerpack hier einen Preis von etwas mehr als 1.900 Euro hier für Sie im Programm. Das ist schon ein Spitzenpreis dafür, unter 2.000 Euro für das komplette Paket. Klasse. Kriegen Sie wahrscheinlich an kaum einer anderen Stelle momentan auf dem freien Markt. Knapp 1.500 Euro unser Preis aktuell. Und jetzt sind wir bei der Preisersparnis. Wenn du es mal summa summarum zusammenrechnen, sind das fast 430 Euro gespart. Fast 430 Euro. In Worten 430 Euro gespart, nur weil Sie jetzt im Sommersale zum richtigen Moment eingeschaltet haben. Dazu kommt die Tatsache, dass wir es versandkostenfrei versenden. So ein Panel ist normalerweise Speditionsware. Auch da kommen keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu. Das heißt, Porto und Versandkosten frei zu dem Preis, den Sie rechts eingeblendet sehen, mit über 400 Euro Preisvorteil. Also da komme ich nochmal auf das Thema zu sprechen, der besondere Moment oder das Timing. Man sagt, Mensch, das hätte ich ganz gerne. Das ist natürlich ein super Gerät. Ja, ich warte noch auf den richtigen Preis und den richtigen Moment, wenn ich zugreife. Der ist genau jetzt gekommen. Sie werden noch nicht der Erste, der diesen Preisvorteil erkannt hat. Deswegen nochmal der Hinweis, den Ingo gerade eben abgegeben hat. Also wir haben nicht allzu viele Modelle, die wir zu diesem Sonderpreis ausgeben können. Das ist auch an anderer Stelle zum regulären Preis ein unglaublich beliebtes Modell. Also da bitte schnell sein. Ja, und dann, wenn Sie denken, ja, ich warte noch eine Woche oder zwei, dann ist das Kontingent wahrscheinlich weg. Und Sie ärgern sich, wenn Sie dann wieder 400 Euro mehr bezahlen müssen. Es ist wirklich so. Wir haben ja schon ein paar Modelle, die ausverkauft sind, die wir auch nicht mehr wieder reinbekommen haben. Sie müssen die Gelegenheit am Schopf ergreifen, wenn sie sich bietet. Und das ist unser größtes, leistungsstärkstes Powerstation hier. Zusammen mit dem größten Solarpanel kommt Freihaus zu Ihnen nach Hause für unter 1.500 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Preisersparnis von fast 430 Euro im Gegensatz zu Pearl.de. Sie können sich dieses Paket holen. Es ist in wenigen Tagen bei Ihnen. Und glauben Sie mir, der Anschaffungspreis hat sich, wenn Sie das clever einsetzen, wir haben Ihnen ein paar Gedankenanregungen gegeben, Wenn Sie das clever einsetzen, hat sich der Anschaffungspreis innerhalb von ein paar Jahren schon wieder rentiert. Und ab dann haben Sie Strom umsonst, ganz umsonst, brauchen Sie nicht Ihrem Energieversorger zu bezahlen. Das ist der große, große Vorteil hier von diesen Solaranlagen. Deswegen will jeder unbedingt Solarstrom nutzen. Ist klar, man freut sich, wenn die Sonne scheint, mir geht es gut. Es ist warm, ich brauche keine Heizung anzumachen. Ich habe sowieso gute Laune. Aber was darunter fällt, ist nicht nur Sonne, das ist Energie. Und die können Sie hier mit diesem Solarpanel ernten, einfangen, ernten und sich zunutze machen. Ganz, ganz einfach, ohne irgendeinen Energieberater, ohne Stadtwerke, ohne Anmeldungen, ohne all diese Sachen hier, ganz einfach nur reinstecken. Und Sie haben eine verlässliche Stromquelle, wo Sie vorher keine hatten, die Ihnen Strom umsonst gibt und die Ihnen im Falle eines Stromausfalls zur Verfügung steht. Ganz abgesehen davon, natürlich für die Unterwegsnutzung, haben Sie wirklich fast Hausstrom, den Sie mitnehmen können. Diana, du hast so eine schicke Kaffeemaschine, so ein Vollautomat. Ja, ich glaube, das auch bis 2000 Watt. Ja, 2000 Watt. Ich dachte auch, bei einem Stromausfall, ich könnte auch einfach Kaffee mehr machen. Das ist wirklich Luxus. Und ehrlich zu sein, ja, wir zahlen so viel für Strom. Wir auch sparen viel. Ehrlich zu sein, manchmal, ich habe das Gefühl, dass ich schon unter meine Lebensqualität, ne? Also ich, diese Gedanken immer, ob das zu viel, ob das zu lang nutze ich, meine Spielkonsole natürlich, oder zum Beispiel Fernseher eine Stunde länger schaue. Das ist wirklich alles, der Druck, ne? Also hier, das ist wirklich eine super Möglichkeit, heute zu investieren, weil Strom würden wir immer nutzen und Sonne würden wir auch immer haben. Erinnere ich auch nochmal an die Schlagzeile, die wir gerade eben gezeigt haben. Die sind ja nicht einfach nur aus der Luft gegriffen oder unserer Fantasie entsprungen. Das sind momentane Schlagzeile, die Sie auch der Presse entnehmen können. Dass man schon wieder darüber nachdenkt, neue Umlagen aufzusetzen und so weiter, dass der Strom nochmal teurer wird. Meine Mutter sagte früher, aber ich habe nochmal leider keinen Dukatenesel im Keller, oder die ganz die goldene Eier legt. Ja, insofern sind das probate Möglichkeiten für Sie, ganz einfach etwas an dieser Kostenspirale nach oben zu tun. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihren eigenen Strom produzieren. Wir haben Ihnen drei verschiedene Systeme gezeigt. Das hier mit über 400 Euro Preisvorteil in der 0% Mehrwertsteuervariante. Auch jetzt gerade schon wieder sehr, sehr beliebt. Deswegen freuen wir uns auf Ihre Bestellung und wünschen viel Spaß damit.